ich glaube ein paar bombe ich davon so weg ein paar etagen habe ich schon ein bisschen und ein paar baue ich noch mal ab 1 2 und das müsste eigentlich reichen hoffe ich doch mal ja sollte wohl schütten jetzt bauen wir da die wolke drunter ja doch 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 das passt eigentlich ganz gut so irgendwie genau gut machen wir die zu guppala so das war da eine pixel zu hoch so dann kommt das auch zu endlich mal hier so und hier weiter moment das kann ich auch von unten erst mal machen warum einfach wenn es auch kompliziert geht so 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 wo bin ich daran nein aber jetzt so da haben wir das ja auch gleich so dann schauen wir uns ja auch gleich bei der nächsten folge die alte wegzuräumen die alte wolke also in dieser folge jetzt wir sind ja schon in der nächsten so 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 da glaube ich mich raus äh ja da komme ich wahrscheinlich gleich nicht raus ne ja genau so zugraben das wäre natürlich sehr schlau gut anschrägen das ganze naja das hätten wir gerade schon so doch ist alles richtig so das war nicht ganz so richtig So, 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 so. So, so, so. Doch, das kann man so lassen, denke ich mal. Ja, kann man so lassen. Äh, das nicht. Oh meine Fresse, ziehe Genauigkeit, let's grüßen hier. So, 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 ja genau, so, so, genau, so ist auch super, ups. Ja, doch. Gut, dann bereitet sich das auch schon mal ein bisschen aus. Ach, oben müsste ich hier noch Wolken und so. Hab ich hier was gemacht? Ja, hab ich. Hier ist da ein Loch. Ah, ich dödel. Egal, krieg ihn doch hin. Ja, genau, kann man so lassen. Da, da haben wir sie zugekriegt. Sehr gut. Ja, sieht ziemlich gleich aus. Teilweise ein bisschen dünner. Erde vielleicht ein bisschen dicker. Ja, das gleicht sich ja nicht aus von der Form. So pingelig genau muss sowieso nicht gleich sein. So, jetzt geh ich nochmal hier. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Joygrass. Da brauche ich zwar nicht so dran. Dann bauen wir jetzt mal ein paar Sticky Bombs. Da haben wir noch ein paar Bämmchen über. Waspohren. Ja, ganze sechs. Super. So, erstmal kann ich ein bisschen wegsortieren. So, und dann basteln. Nein, doch. So, das hätten wir auch. Das kommt ins Vanity. Vanity. Flupp. Flupp. Haben wir noch mehr Vanitys hier zufällig? Ne. Aber wir haben Tiere. Ich glaube, das ist mit der Angeln. Ne, oder? Doch, Bade Power. Genau. Wirecutter. Und so. Place above the clouds. Wir haben noch einen für Bilder. Ne, ja, genau. Klub, klub. Äh, Workbench Accessories. So, Debugbench. Äh, Quatsch, Accessories. Ähm. Das müsste unter. Ja, und Mögo und Deco. Deko ist immer noch unten. Fangen wir es mal an die 2. Ne, Quatsch. Haben wir nicht? Ein normalen Workbench. Nö. Gut. Mögo und Deco 2. Passt schon. Äh, Accessories Movement. Was suche ich? Waffen. Wie wäre es damit? Komischen passenden Bogen haben wir noch nicht, ne? Ne. Dann lasse ich ihn noch mal da. Ähm. Ist da noch Platz? Ne. Also kommt das da rein. So. So, da wollte ich hin. Ah ja, Bomben. Jetzt habe ich die Bomben weggestackt. Ist aber egal. Shop. So, reicht. Es reicht ja. Es muss nicht genau 100 sein. So. So. Das war noch nicht weit gesprießt hier. So. Hier. 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 Jetzt. Hier. So Ups Egal Ja, das Revolte zu Bomben Ja, das Ups Hm, das hätte auch schief gehen können Hätte auch die Bombe runterfallen können Auch die Wolke Die wir frisch fertig gebraut haben So, das baue ich so ab Sehr gut Genau Dann hätten wir das auch Haben wir natürlich nochmal zwei Folgen für gebraucht Aber was soll it Na gut, nicht ganz zwei Folgen Dann sortieren wir das noch ein Oh, das wächst Wächst, genau Wächst ziemlich langsam Aber was soll es Was soll es Was soll es Whatever Genau So, nochmal einsammeln, was runtergefallen ist Aber viel sollte nicht daneben gefallen sein Wahrscheinlich gar nichts Nur gar nichts Ups Toll, jetzt müssen wir auch noch das holen Trotzdem können wir erstmal einsortieren mit Quick-Sec und so. Basteln, rot, plup. Sollte nur zwei Drähte, achso, passt schon. Ja, so nicht, immer noch nicht. Gut. Irgendwas ist hier runter geflummt, plumpst, genau, plumpst. Zum Beispiel das. Basteln. Gut. Äh, was wollte ich jetzt? Ahja. Geld kann ich erstmal wegsortieren. Kann ich erstmal wegsortieren. Das sortieren wir hier rein weg. Äh, Quick-Stack. Jo. Aber echt wenig Geld. Aber gut. Ja. Ja. War ich hier überhaupt? Ja, klar. Jo. Ja, ich will mal in den Dungion, nicht weil ich unbedingt noch Sachen daraus brauche, also Sachen aus den Truhen, sondern eigentlich nur Truhen selbst und vor allem Bilder, die es nur im Dschungel gibt. Äh, Dschungel, sage ich schon, Dungeon. Darum geht es mir. Ja, das heißt also, ich räume noch mal ein bisschen den Dungeon aus. Genau, in mich reingefallen sozusagen. So, wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssen wir jetzt noch in Folge 79 sein. Joa, haut ziemlich gut hin. Mal gucken, wie viele Folgen wir noch vorproduzieren, bis wir, oder eher gesagt, produzieren, bis wir, weil, ne, Wall of Flash lang sind, also bei Folge 99. Jaa, wenn ich das so, das ist ein Böser. So, wenn ich das so mal durchgehe, haben wir... Jaa, ich sag mal, es war nicht zu großzügig mit, hier zu sagen, wir basteln wieder alles mögliche, bis Folge 99, beziehungsweise bis einschließlich 98, um in 99 dann den Hard Mode freizuschalten. Weil, irgendwie ist es doch ein bisschen wenig, um so ein bisschen vor Hard Mode gebastelt zu machen, obwohl, naja, gut okay. Danach gibt es ja auch noch genug, was wir machen wollen. Vor allem will ich hier, wie heißt es nochmal, ähm, noch dieses, äh, Pearlwood, genau, was man nur im Hello bekommen kann. Damit will ich ja auch noch ein bisschen das eine Haus umbauen, das zweite Wolkenhaus. So, da ist Le Dschun Dschun. So. Ja, der kann mich gerade mal an die Füße fassen. So. Hallo, ich gehe da runter. Banner kann man auch mal mitnehmen. Bei Standarten. Ja, so, da ist schon mal, zum Beispiel, schon mal ein Bild, was wir liegen gelassen haben. Gut, das ist nicht eines der Hübscheren, aber immerhin. Das müsste auch nicht, ein Siegel, Siegel. Na, im Prinzip sind das alles Banner irgendwie. Ich gehe jetzt von der groben Formen. Ja, das ist alles nicht. Geh weg. Ah. Ah, so. Den Jungen hatten wir auch schon. Der hundertste Dark Caster. So, die Bronze Laterne ist auch schon mal was. Ja, der war auch gut. Oder so. So, die nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Marching Bones Banner. Genau. Hm, weil mich hätte ich auch. Schlüssel mitnehmen können. Egal. Wir finden auch genug, denke ich mal. Hoffe ich doch. Was ist das denn für eine Lampe? Boah. Fast hätte er mich noch erwischt. Lantern, 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 whatever. So. Hat ich was getrunken? Ja. Ach so. Das ist da eingeblendet, plötzlich. Dieses 250 Angry Bones Counter-Gittel. Aua, Arschloch! Aber immer noch keinen Schlüssel, ne? Doch, einen. Von den Bildern haben wir auch mehr als genug. Bone Bones, da haben wir auch schon welche. Glaube ich, wenn nicht, ist ja auch egal. Es muss ein Bastelwaffe sein. Confused Bone Places Bone, genau. So... 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 Genau, gehen wir mal weiter da runter. Ist ja schon wieder so einer im Bild. Ja egal, die zwei Fackeln scheiß drauf. Auch. Aua. Na... Banner sieht auch nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Und diese Lampe nehmen wir auch mit. Was ist das? Ah ja, genau! So... 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 Das war mein Vieh, das war nicht mein Vieh. Ein Schlüssel nur. Sooo. Toll, doch noch drauf gefallen. Toll, toll, da geht's schon los. Ja, darf ich den ganzen Weg nochmal gehen? Was ist da? So, das machen wir schon. So, gut, dann müssen wir ja zwangsläufig mal einsortieren. Dann... ... ... ... ... ... ...